Zwischen Wasser und Himmel von Horst Werner Schneider Der Spreewaldkahn ist seit Jahrhunderten das wichtigste Transportmittel im Spreewald. Noch heute gibt es zwischen den Friesen Gehöfte und Weidenland, das nur mit dem Kahn zu erreichen ist. Selbst das Vieh wird im Spreewald mit dem Kahn auf die Weide gebracht. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Grundidee für die Gestaltung des Zimmers ist ein Spreewaldkahn als Bett, platziert zwischen parallelen Spiegelwänden. Durch die sich ergebende endlose Spiegelung in beide Längsrichtungen soll die Illusion entstehen, sich auf einem Vlies im Spreewald zu befinden. Der Fußboden zeigt im Muster die scheinbare Flussrichtung. Über dem Bettkahn gibt es einen Tisch auf Rollen, der an eine Brücke über dem Vlies erinnert, aber auch ganz praktisch als Ablage und Frühstückstisch benutzt werden kann. Die Fenster- und Türseite zeigen jeweils gegenüber ein gespiegeltes Bildmotiv, dessen Ausgangsvorlage eine Collage mit dem Titel Spiegelungen ist. Eben solche Spiegelungen faszinieren den aufmerksamen Spreewaldbesucher bei einer Kahnfahrt durch die einmalige Naturlandschaft Spreewald.